So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Metal Gear Solid V The Phantom Pain. So, fangen Sie den legendären Chakal. Dann machen wir das. Bringen wir da gleich her. So, wir haben unsere Einschlafwaffe. Sehr gut. Und wir haben den Hund mit. Sehr gut. Na, dann machen wir uns mal so auf den Weg. Der Hund markiert mir eh wieder alles. So wie immer. Finde ich cool. Es wird weniger. Es kommt zu einem Ende. Ich merke das richtig. Huh. Ich hoffe, dass ich auch die Hauptmissionen so schnell mache. Und dass die nicht so schwer sind halt. Ich hoffe das. Ich hoffe es wirklich. Na komm. Ein bisschen schneller. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen schneller. Nur ganz, ganz wenig. Ja, wir sind der Teufel. Ja, wir sind der Teufel. So wie das da ausschaut. So. Letzte Hilfe. Alles cool. So. Schakal. Das können wir weggeben. Unglückshund Nummer 4 ist da auch drinnen. Okay, gut zu wissen. So. Wir müssen in die Richtung. Markieren wir den Schakal. Damit wir den so schnell wie möglich haben. Und danach machen wir den Unglückshund. Bis jetzt noch nichts. Da hinten haben wir was. Ist aber nicht von Bedeutung, schätze ich einmal. Genauso wenig wie das. Ach so. Okay, gut. Da haben wir gedacht, das ist irgendwas anderes. Ja, Feind gefunden interessiert mich nicht. Wir müssen so und so da rein. Auf die Leute werden... Scheißen wir jetzt einmal. Wir müssen einfach nur der eine Renner irgendwie. Na bitte. Da haben wir schon. 1, 2, 3, 4. Der linke ist der wichtige. Okay. 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 Na gut. Probieren wir es. Hahaha. Das hätte ich mir nicht. Leider. Gutes Zielvermögen, muss ich sagen. Die nehmen wir uns alle mit, würde ich sagen, oder? Ach Gott. Na komm. So. Und ab mit euch. Auf in meine Mother Base. So, abgeschlossen. Fertig, oder? Danke. So, näher. Sonst ist da nichts, Wuffi. Drei Minuten ist ein bisschen wenig, oder? Ja, warum nicht? Passt schon. Ich will jetzt da nicht um a dumm rennen und Tiere suchen. Die Schakalle, die ich gefunden habe, die habe ich. Damit kann ich leben. Ich habe das ganze Rudel mitgenommen. Hoffentlich werden es Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich? Ach so, ich näher mich dem Ende der Map. Okay, okay, okay. Verstehe. Du bist um die Mission-Area. Ja, passt schon. Bin ja eh schon wieder drinnen. So. Wir verpissen uns. Zurück zur Luftkommandozentrale. Schauen wir mal. Was wir dafür jetzt da kriegen. Vielleicht haben wir irgendwas freigeschalten. Eine neue Mission. Also eine neue Nebenmission. Das wäre nicht schlecht. Bin gespannt. Komm, komm, komm. Bleib schneller. Danke. Wir sind noch immer auf 45 Sekunden. Äh, 45 Sekunden. 45 Prozent. So, Missionen, Nebenoperationen. Schauen wir gleich mal. Ja. Ja. Nein. Schwere Infanterie. Ich glaube, die mache ich als nächstes. Obwohl ich gesagt habe, ich mache den Unglücks-Hund. Ah, den Mother-Best-Soldaten habe ich auch vergessen. Ansonsten war es das. Okay, passt. So, Unglücks-Hund habe ich euch trotzdem versprochen. Machen wir das halt als nächstes. Es ist eigentlich eh wurscht, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Ja, also, ich bin... Ich bin... daresut, gü...... Ich bin...